Willkommen zurück zu einer weiteren garstigen Folge. Der Quarry freut mich, dass du da draußen wieder ganz aggressiv mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video zornig bewertet haben. Wir machen weiter, Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen. Für den PC, die Playstation, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ryan, ja? Ja? Halt die Fresse. Ja, lass sie reden, Mann. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick? Mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geister-Stories? Ist doch fast wie in deinen Geister-Stories. Das sind nur Grusel-Stories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Ihr sollt alles wissen, ihr dummen Kids. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel. Darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Okay. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also... Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst ne Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Wehrwolf bin, Laura. Nicht so laut. Also, was können wir denn tun? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist. Und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder? Wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Ich mach die Spielchen von dem Wichser keine Sekunde länger mehr mit. Wir müssen fliehen. Cool, okay. Und wie? Weiß nicht. Umhauen? Ey. Laura, du weißt, das klappt nur im Film, ja? Jemandem eins über den Schädel zu ziehen, bringt ihn um oder verpasst ihm den Hirnschaden und haut ihn nicht nur um. Tja, dann ist das so. Ja. Okay. Okay. Gefängnisausbruch. Was ist mit Codenamen? Wenn wir das machen, reserviere ich mir Golden Thunder. Nein, wirklich, Max. Wir tun das jetzt. Okay. Bin dabei. Okay. Wir machen es ganz genau so. Wenn er dich das nächste Mal zum Waschen bringen will, greifst du an. Du haust ihn um, nimmst die Schlüssel von seinem Gürtel, sperrst ihn in deine Zelle und befreist dann mich. Und dann klauen wir sein Auto und fahren mit Vollgas weg. Gut. Okay. Das ist aber kein Plan. Weißt du, das ist nur ein Lass uns fliehen, aber mit viel mehr Worten. Nein, damit rechnet er nicht. In seiner Routine wird er absolut nichts an. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also den Weg kennen wir noch gar nicht und ob das funktioniert. Max ist halt so ein richtiges Würstchen, ne? Na los. Au, au, Vorsicht, Vorsicht. Wirklich? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Peinlich. Was ist mit meiner Dusche? Nochmal. Zieh die verdammten Sachen aus. Fick dich! Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! Hierher. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Ich will weg! Du wirst es nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. Tee. Melden. Wo genau bist du? Over. Mist. Mhm. Ich mache ihn nur fertig. Diesmal mache ich gar nichts. Bin gleich da. Over. Was wird geschehen? Nun. Ich sag's dir. Es wird nicht schön werden. Aber morgen komme ich früh zurück. Sie lassen mich wirklich hier? Du packst das. Komm ihm nur nicht nah. Aber der kommt ja easy ran. Ganz schön leichtsinnig, oder? Okay. Max, sag mir genau, wie es dir geht. Laura, ich fühle mich schlecht. Inwiefern schlecht? Einfach nur schlecht. Komm näher, zeig mir deine Augen. Ich glaub, ich bleib lieber hier. Max, ich muss dich beobachten. Ist das jetzt nah genug für dich, Bitch? Max? Max? Sag mir, was los ist. Max! 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 Max, Max! Alex, Max! 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 Fuck! Schade, sie muss das Auge anscheinend wirklich immer verlieren. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Ich weiß immer noch nicht sein Geburtsdatum. Irgendwie werden wir nie erfahren, was auf diesem Rechner ist, ne? Sie hat einfach nicht dazugelernt. Sie hat einfach nicht dazugelernt. Aber jetzt konnte ich die Szene noch mal ein bisschen besser sehen. Sie stand schon relativ nah dran und er hat mit diesem Hieb auch das Rohr erwischt. Deswegen hat sie sich befreien können. Ja, einmal hier den ganzen Apothekerschrank geplündert. Einen bunten Cocktail aus allen Schmerzmitteln, die irgendwie da waren. Why not? Also im Endeffekt können wir eh nichts machen, ne? Oh, der Wagen. Ja, das war der dümmste Hinweis überhaupt. Obwohl er jetzt vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergibt, weil Emma in diesem Run ja gebissen wurde. Und es könnte sein, dass sie vielleicht mutiert im Wagen sitzt und Dylan angreift. Oh, ist sie schon müde. Muss sie ein Schläfchen machen. Die arme Laura. Da haben wir auch einige geschrieben, ey, wie kann das sein, dass sie jetzt schon davon spricht, sich ausruhen zu müssen, wenn sie mal die Gelegenheit hat, hier eventuell zu fliehen. Naja, sie hat sich ja auch verarztet und gewaschen und... Ne, das kostet ja auch alles ein bisschen Zeit, Kraft und Energie. Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Und ich glaube, wenn du erstmal so eine Verletzung hinter dir hast und dich dann auch selbst versorgen musst, was ja auch Schmerzen sind, und dir dann noch Tabletten reinballerst, dann bist du schon ziemlich erledigt. Also so unrealistisch ist es wahrscheinlich nicht. Hät sich wahrscheinlich irgendwelche Schmerzhemmer reingekloppt. Und es gibt auch welche, die machen müde. Aber klar, man würde sich zusammenreißen und eine Waffe suchen. Aber dafür muss ich, glaube ich, das Vertrauen zum Sheriff stabilisieren, um letzten Endes... Wir hauen uns direkt hin. Ist das hier meine Zelle? Geh doch rein! Um letzten Endes ihn halt wirklich... Das Geburtsdatum aus den Rippen zu locken. So, schlafen. Aber wir machen hier den... Alles ist falsch Run. Im Moment sind wir eher so auf dem Team Werwolf Run. Wir sind gut dabei. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Wir haben noch was zu klären. Ach was. Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Wenn ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ah. Ah. Ich auch. Glücklich? Ich mache uns Kaffee. Was ist das? Sie ist ja an. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Ähm. Tier. Medizin. Und nein. Noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du? Ähm. Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genau so in der Klemme wie ich. Meine Leute. Wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere. Verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Was ist mit Ihrer Familie? Meine Familie. Ist tief in einen Brunnen gefallen. Was? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie, also, äh, jede einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Was soll das bringen? Also, sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und... Ja, ist das nicht offensichtlich? Ja, okay, verstehe. Ach, vergiss es. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, verschreckt ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber das Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot, schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gaharmlos wird des Vollmonds schein. Jep. Lies weiter. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt so dann verschont, bevor der Fluch dir inne wohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Wehrwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Wenn sie all das wissen, warum haben sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, ich, ich war, es ist... Kompliziert? Nein, es ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Sie verschweigen uns doch was. Aber nichts, was ihr wissen müsst. Ich glaub Ihnen nicht. Wenn Töten keine Option ist, sondern nur Wissenschaft. Wissenschaft? Kein Problem. Echt genial lesen. Wir einfach ein paar Studien. Ich meine es ernst. Wieso ist Töten keine Option? Sie beschützen doch irgendwen. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komm morgen früh zurück. Im Bilde? Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es... nicht gesehen hätte. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm... den... Wehrwolf-Kram. Nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Ich habe das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Du hättest doch nichts dagegen tun können, dass es passiert. Du hast ja keine Kontrolle. Stimmt's? Stimmt. Ja. Du hast keine Kontrolle? Natürlich nicht. Fuck. Laura, was soll das heißen? Ich versuche nur es zu verstehen. Sonst nichts. Ich habe es nicht böse gemeint. Himmel. What? Chris kommt? Was? Chris kommt? Ich lasse es klöpern. Ja, stimmt. Der kommt ja. Stimmt. Dann erfahren sie, dass Chris der Wehrwolf ist. Wir müssen aufpassen. Es wäre viel schlimmer, hätte ich nicht auf dich geschossen. Geschossen? Das sage ich mal. Zu deinem Glück war es kein Silber. Sei still. Max! Ah. Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Kopf. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Wehrwolf. Max. Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer... ...hätte das gedacht? Also, na ja. Wenn ich überlege, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carrer an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns. Und deshalb wusste er von dem Wehrwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder. Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Badabumm. Hilfe gibt es in der nächsten Folge. Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss!